Alter Schwede! Zurück, gleich sehen sie dich! Ach, wir sind jetzt auch unsichtbar! Ja! Halte noch ein bisschen mehr aus, bitte! Halte noch ein bisschen mehr aus! Dann könnten wir auch unlogisch spielen! Ist klar! So ne beschuggerte Scheiße schon weiter, ey! Puh-puh-pum! Puh-pum-pum! Hör! Ich hab ne Basi, ich muss länger überleben! Nein 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 nein! Wie ist das alles! Scharfschützen auf dem Dach! Vorsicht! kein problem ich will mal festhalten ich habe jetzt alle drei gegner besiegt dieser leichte schuss der nächste in gerade hat der typ alles ausgehalten das war knapp ich stehe es den ernst jünger der ist wo ist der sniper da war der sniper in deckung los in deckung wir müssen weiter was zum ich kann mich wohl lieber er umgehen mit der dicken panzerfaust e der schweinepriester die geprüft wird 14 jungen jungen ich hab mich gejungen verdammt noch mal wie viele polizisten brauchen eigentlich um eine glühbirne zu wechseln sie würden erst den raum abschießen weil der dunkel ist bei der schwarze ab die stelle ist das nicht so los 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 vorwärts in deckung er sei nicht der scheiß wieso überleben die mal und dann überleben die mal wieder nichts oder was oder wie das okay ich was ein freck mit der panzerfaust in bewegung deckung bewegung in der mülltonne da verstecke ich mich das passt auf aufs arsch jetzt tauchen wir was er sie geht es ja tot sie vor sie wollen sich neu der steuer kommt mir bekannt vor hier hier vorwärts bei ja was denn wo wir nicht Macht das! Fickt euch alle noch ins Knie, Alter. Alter, diese dreckigen Panzerfäuste, Alter. Boah, ich hätte kein Visier jetzt, aber ich habe trotzdem einfach mal abgeballert. Kontakt von vorne! Schaltet die Tür auf! Bin getroffen, helfen wir! Zirka, bin getroffen! Zirka, bin getroffen! Zirka, bin getroffen! Zirka, bin getroffen! Oh fuck! Der Ghost Leader ist ja auch down! Schweres Gerät! Nicht machen, Alter! Hier geht's gut weiter! Bewegt mich! Sind alle gerettet? Alle... Ja, gut. Ja, geht's doch! Schreibt sie! Ich werde nach! Ziel erledigt! Ja, mal erledigt. Schön, haben wir nach Hause noch geschossen. Sie bewegen sich! Ich bin wieder in Panzerfaust, Alter. Weiter! Auf Kaltuhr! Weiter voran! Boah, die Musik ist auch total stressig gerade. Auf Kaltuhr! Boah, die Musik ist auch total stressig gerade. Auf Kaltuhr! Okay. Wir versammeln. Super! Das war's! Das ist die Hauptsache! Boah, immer die gleiche Alibazio! Null! Hab ich mir das bloß eingebildet, oder hat die tatsächlich optische Tarnung? Die sind richtig gut ausgerüstet. Spezialerseits, ganz klar. Mehr! Spezial! Etwas ganz besonderes! Sowas wie wir? Will's nicht hoffen! Hier! Hier entlang! Na, ich geh mal als erstes, Freundchen! So. Warte mal hier hoch. Ich weiß. Was Tendenz, oder wie er auch immer heißt. Ja, schiedet du dich mal ruhig da durch, ey! Genau! Ne, jetzt brauchst du auch nicht mal hinlegen. Ich hab gesehen, wie du du geschiedet hast. So, dann müssen wir jetzt durch das Tor hierhin absteigen. Nein, doch nicht. Ah, nicht schon wieder. Augen auf! Wir haben es bisher ohne Spielzeug geschafft, also jetzt auf! Okay. Ich bin da. Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier. Auf das ist die Position. Ich weiß auch schon, worauf ich hinausläuft. Verteidigen. War klar. Ich höre Ihre Position. Viele Soldaten im Anmarsch. Panzerfaust, Vorsicht! Bleibt bei eurem Taste! Schon nach rechts! Auf dem Balkon! Information bleiben! Lass sie nicht durchbrechen! Wie ist ihn los? Oh! Oh! Der Feind bekommt Verschlagung! Schön von hinten, Alter! Bam! Wer gibt es nicht? Wir sind ab, wann die Bewege. Wir sind ab, wann die Bewege. Genau! Wer gibt es unsere Bewege. Erreicht! Schlepp! Der Verschläge. Ich bin unterwegs zur Abbruchzone, aber ich kann nicht lange warten. Habe verstanden. Jetzt sehen wir diese unsichtbaren Sarsare nie wieder. Die sind unsichtbar. Ja, ja, ich weiß schon. Rechtsmaul. Weil rechtzeitig keine Munition mehr. Ja, das war klar. Ja, keine Munition mehr. Was ist denn das für eine Schatty, Alter? Nein! Nein! Oh! Oh! Oh, Alter! Wollt er nur! Aua! Ich hab's gesehen. Was ist nun los hier? Möchtige Party. Habe ich die Mission geschafft? Gibt keine Ahnung. Ich vermute mal, ich hab die Mission jetzt geschafft. Scheiße, ja. Wahrscheinlich so mehrere Enten oder sowas. Keine Ahnung, ob man jetzt mehrere Enten haben könnte. Ob man jetzt da durchbatschen musste, bis man geht nicht mehr. Oder ob man wirklich zurückrennen musste zu den Typen. Ich hab keinen Plan. Wir haben's jedenfalls jetzt so gemeistert. Macht Spaß, Krämpfchen zu drücken. So, das beendet aber auch hier direkt. Wie immer bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe es hat euch gefallen. Ansonsten schrotet alles in die Kommentare wie eh und je. Und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal. Dann auch online oder so. Tschüss. 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 Tschüss.